Tja, hallo Freunde der Spiegelthund, willkommen zurück bei Total War War Ima 2. Ja, Cetra ist aus seiner Stadt rausgekommen und greift uns jetzt an. Das ist vielleicht jetzt nicht das Beste, was passieren konnte. Obwohl jetzt wenig was auf die Mauern kann. Müssen wir manuell ausführen. Ach scheiße, wir haben ja keine Mauern hier in der Stadt. Aber es ist ein wunderschöner Spalt. Wo wir uns verteidigen können. Ah, das wird ein großes Gemetzel. So, ihr könnt euch da erstmal hinstellen. Ja. Ihr seid alle unbrauchbare, unwürdige Sperrwerfer. Wisst ihr, was ich mir wünschen würde? Oder eine Höhenunterschiedskarte für Total War. Das wird noch echt praktisch. Ladet euch auf. Ladet euch auf. Auf jeden Fall. Also, er muss uns angreifen. Oh, der hat den Bogenschützen, ne? Der schießt natürlich über die ganze Karte. Aber, der trifft nur die Ecke. Irgendwann ist auch leer. Wo der da immer nur die Kante anschießt, kann ich das ertragen. Ich brauche mich vielleicht eine Gesamteinheit. Maximal. Guck mal, der ist auf 50% runter schon von seiner Munition. Der ist ja schon entkräftet vom Bogenschießen. Oh, wie die KI einfach die Ruhe weg hat. So, jetzt kommt das. Die Truppe können wir zurückziehen. Die ist nichts mehr wert. So, gleich sind die ersten Gegner in Reichweite. So schön erschreckt. Der Hund ist hier ne Möhre neben ihr am Essen. Toll. Alles nur gestriffen. So schön. So schön. So schön. Das war's für heute. So, lasst euch nicht ärgern. Ihr seid... Ihr könnt Anstürme aufhalten. Boah, die Skorpione gehen da natürlich durch wie durch Butter, ey. Boah, die Krocksgar sind stark genug, die Skorpione aufzuhalten. Was ein Gemütze, ey. Oh, da. Wie geht es unserem General? Alles super, ne? Noch. Eine unserer Bestien ist gerade umgefallen. Alle meine Nahkämpfer fallen gerade. Alle meine Nahkämpferen. Konzentriere dich mal auf Settra. Was mit euch hier? Rüber auf den Knochenriesen. Der fällt nämlich gleich auf. Die Fernkämpfer fliehen alle vor der kleinen Truppe. Und Schilde hoch. Die Garnision ärgert die ein bisschen. So, Kampf der Anführer. Oh, sehr schön. Und Settra flieht. Und Settra ist tot. Er zerfallen seine Truppen. Sehr schön. So, die Bestien sind das Schnellste, was ich noch hab. Weil sie wilden Karnosaurier. Deshalb, wenn dann kommt da raus... Achso, die sind auch jetzt zerfallen. Jetzt gibt's nur noch die Beschwörungsarmee. Dann ist diese Schlacht durch. Nanananana. Ja. 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 Wiehing? Nein! Ja! 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 Da ich Leute vom Flughafen abhole. Ich weiß es nicht. Egal, der ist auf jeden Fall erledigt. Und da hinten zieht der schon wieder eine neue Armee raus. Ja. Warum nicht? Da ist eine einzelne Truppe, die da steht, aber ich kann im Moment nicht gegen die kämpfen. Ich habe dafür keine Truppe stehen bei denen. Also was soll man tun? Ja. Sich verbünden. Hmm. Ein ganz kleines Problem. Toll. Da ist der König schon recht nah. Armee blockieren erfolgreich. Also die 75% in ihrer Laufreichweite reduziert. Machen wir da unten auch. Haben wir aber leider einen Fehlschlag. So, dann machen wir dich auf Gewaltmarsch und die Quellen der Verzweiflung zurückziehen. Möge der Name nicht Programm werden. Ja. Und da ist der König schweb. Das ist der König schweb. Das ist der König. Der König ist für die König. Das ist der König ist. Das ist der König ist. So. Sequenz der geomantischen Heilung. Verlustverstärkungsrate plus 20%. Tempelwächter plus 5 nochmal verstärken. Du brauchst noch eine Runde zum wieder fit werden. Der steht an der Stoßzahnebene, was eigentlich auch nicht so dolle ist gerade. Stell ich mal an die Grenze, dann kannst du nächste Runde vielleicht sofort angreifen. Und deine Einheiten werden trotzdem die Verlustrate reduziert. Er wird besser durch rumstehen. Zusammen mit der Garnison konnte da nicht viel passieren. Könnt ihr euch direkt wieder auffüllen. Gai'sun angreifen, erfolgreich. So, wer fehlt denn jetzt noch? Kaohang steht eh hier drüben. Das ist alles wirklich wegen dieser scheiß Provinz da oben. Weil da einfach vier Agenten drinstehen. Zusammen mit zwei Kriegshydras. Ich kann mich in meinem eigenen Gebiet nicht mehr raustrauen. Aus meiner Stadt. Gibt es eine Möglichkeit, in der Nebenprovinz, äh... Was dagegen zu tun? Ja, man könnte eigentlich hier... ...ein schreiender Alten bauen. Oder will ich erobere die Stadt oben? Aber es wird nicht so einfach. Die haben nicht viel Garnison, aber die... ...feinen Hydras sind natürlich... ...schwierig. Wir talen als Kwasu. Hm. Ja, mach erstmal Hinterhalt. Eine Runde müsste jetzt die Chaos-Korruption aushalten. Schau mal nacheben, ob ich die irgendwo im Gebäude hab, was ich noch upgraden kann. Aber sieht ja erstmal gut aus. Und die eine Schlacht mit Z rein, der Runde, hat mir erstmal gereicht. Das war klar, dass der da bei der Belagerung mal durchkommt. Aber ist halt so. Und jetzt ist er zurück zu der dämlichen Stadt gegangen. Mal gucken, er konnte jetzt auch in Belagerung gehen, ja. Das könnte sogar zum Verlust führen. Obwohl. Ich weiß nicht, warum der so stark eingeschützt, mein Gott, eingeschätzt wird, weil der hat ohne Ende Kram gegen Infanterie. Und meine Armee ist halt ausgelegt auf Monstrositäten. Hm. 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 Soll ich mal einfach hoffen, dass der nicht rechts lang geht? In der Form hat der auch einen Knochenbogen dabei. Krone der Herrschaft. Und sonst kannst du nix? Nö. Doch. Ich hatte noch keine einzige Schlacht mit dem, deshalb war es gerade noch schwierig. Mahlstrom. Stark gegen einzelne Angreifer. Windstoß. Atemzauber. Stark gegen mehrere Einheiten. Nicht nutzbar beim Klettern. Tja. Dann wollen wir mal. Ja diesmal steht natürlich der Knochenriese gut da ey. Soll ich mal versuchen die KI aus dem Konzept zu bringen ein bisschen. Dass sie versucht offensiv vorzugehen. Zieht euch zurück. Aber das scheint doch gerade zu funktionieren. Ja. 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 Super. Ja. Super. Ja. Schleif's auch. Jaów. Ja. 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 Nee graduate. ganz gut funktioniert. Na komm, diesmal. Gut, immerhin. Gut, immerhin. Gut, immerhin. Du resten. Dramatis! 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 Das ist nur für fliegende Ziele, ne? Das ist nur für fliegende Ziele. Okay, sieht wirklich schlecht aus. Das ist nur für fliegende Ziele, das ist nur für fliegende Ziele. Das ist nur für fliegende Ziele, das ist nur für fliegende Ziele. Das ist nur für fliegende Ziele. Das ist nur für fliegende Ziele. Jetzt fliege ich, du Feigling! Du kriegst gerade Unterstützung von hinten. Nee, ich kann den... Du kriegst den Zauber nicht gesetzt. Weil der immer wieder an der Moral am Knabbern hat. Das war's. Jämliche Kämmerrie. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.